Was hat sich in der Zeit alles verändert? Und da wurde Deutschland gegründet. Und wo stehen wir heute? Ganz da drüben 2011. Wir haben solche Themen wie Cloud, Computing. Das ist Universen von dem entfernt, was es mal war, 1975. Und das wird auch, hoffe ich zumindest, auch so bleiben. Und die Schnelligkeit, glaube ich, ist uns allen bewusst. Ich finde das immer noch, immer wieder, auch nach zwölfeinhalb Jahren Microsoft, immer wieder absolut faszinierend. Was mag da, wonach alles auf uns zukommen? Gut, hier einfach mal ein paar Fakten zu Microsoft. Ich will jetzt nicht jeden Punkt erklären, aber es ist, glaube ich, groß genug geschrieben, kann jeder lesen. Was man sich bewusst machen muss, und aus meiner Sicht der entscheidende Punkt ist, sind 90.000 Mitarbeiter, 10.000 Teams und nochmal 80.000 Vendoren. Also Vendoren sind externe Leute, die für Microsoft arbeiten. Aber 90.000 Mitarbeiter, wenn man das bedenkt, dass wir eben in 101 Niederlassungen sind, also wirklich weltweit ein hochkomplexes Business haben von den Klassikern Windows, Office, aber Serverprodukte, Kinect und Xbox und Hardware und so weiter und so fort, ist eigentlich, ist zumindest immer noch meine Überzeugung, 90.000 Leute gar nicht so viel. Also der Laden ist immer noch sehr, sehr effektiv und versucht es auch zu bleiben. Und trotzdem ist es weiterhin und wird, glaube ich, in Zukunft immer mehr eine Challenge, einfach die Komplexität zu beherrschen. Und die Anforderungen, kommen wir dann auch später zu, die Anforderungen an das Thema Komplexität, an jeden einzelnen Mitarbeiter, bei der relativ geringen Anzahl, können Sie sich vorstellen, ist relativ hoch. Ja, und das nur ganz kurz zu Deutschland, was auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt ist, was man oftmals auch vergisst und was Microsoft selber manchmal auch vergisst, das ist gar nicht so viel. 2.500 Mitarbeiter für die gesamte deutsche Niederlassung, für das gesamte deutsche Geschäft. Und Deutschland, neben USA, ist eine der wichtigsten Niederlassungen. Also Deutschland, Japan ist ebenfalls extrem wichtig. UK, dann ebbt es dann aber auch schon ab. Also das ist nur die neben Korb, die größten Niederlassungen, die Microsoft hat. Auch wieder erstaunlich eigentlich, wie wenig Leute das eigentlich sind. Also für sich alleine genommen ist die GmbH, Microsoft GmbH, Tochterunternehmen nebenbei von der Korb, Microsoft Korb, Mittelständler. Ja, vielleicht gehobener Mittelstand, aber ist jetzt kein Riesenunternehmen. Gut. Auch nochmal ein Punkt. Einfach nur, ich will jetzt nicht über die Produkte hier reden. Übrigens sehr peinlich. Mein Ansatz, freue ich mich mit Windows 7 drauf. Oh mein Gott, jetzt stürzt das ab. Also das war natürlich schon, das tut weh, aber gut, es ist ja nochmal gut gegangen. Es hat auch keiner Buu gerufen. Insofern kann ich mich entspannen. Wie gesagt, das nun mal kurzer Auszug, die Komplexität. Wie breit ist der Laden aufgestellt? Was letztendlich auch unsere Sales-Leute draußen, was die alles wissen müssen und können müssen, um das komplette Portfolio im Griff zu haben. Und das setzt sich auch bei Microsoft immer mehr durch, dieses Solution-Selling. Also, dass du nicht einzelne Pakete einfach raushaust. Die Zeiten sind vorbei. Das war mal in den 90er Jahren so. Da waren die Sales-Leute eigentlich keine Sales-Leute. Das waren nur Verteilungsressourcen, weil der Bedarf kam von selber. Also die Zeiten sind auch vorbei. Aber das ist alles schon sehr, sehr komplex und weiter im Fluss. Und genau in dem Kontext, und das ist auch wiederum nur ein kleiner Auszug, Sie können sich vorstellen, was da alles drin ist. Das ist ja auch ein Grund, warum ich nach zwölfeinhalb Jahren immer noch hier stehe und ich hoffe, auch noch ein paar Jahre bei Microsoft bleibe. Die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb von Microsoft sind uferlos. Also, man kann alles machen, was man sich so vorstellen kann, in allen möglichen Produktbereichen. Du kannst in der ganzen Weltgeschichte rumreisen. Du kannst die Niederlassungen wechseln, wie du lustig bist. Du kannst nach Asien gehen. Du kannst nach USA gehen. Whatever. Also, steht alles offen. So, das ganz kurz eben. So tickt Microsoft oder so sieht Microsoft heute aus. Jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil. Ja, was heißt denn eigentlich bei Microsoft eben Entwicklung? Und ich will jetzt gar nicht so sehr mich auf die einzelnen Slides einfach auch hier, Slides sind für mich eher eine Zusammenfassung, sondern für mich, ich will den Punkt drüber bringen, und da stehe ich selber für, dass Microsoft legt unglaublich viel Wert darauf, was machst du selber als Mitarbeiter aus dir. Du kriegst die Unterstützung. Es wird hier all das dir geboten als Mitarbeiter. Ob du das nutzt, liegt bei dir. Es kommt keine ums Eck. Und ich glaube, das ist nicht nur bei Microsoft so, das ist bei vielen amerikanischen Unternehmen so. Es kommt keiner ums Eck und nimmt dich an die Hand und erklärt dir das. Ja, guck mal, internationales Umfeld. Hast du nicht mal Lust, nach Redmond zu gehen? Das macht keiner. Das macht im besten Fall der direkte Manager, der mal nachfragt. Aber es liegt unglaublich viel in der Selbstverantwortung vom Mitarbeiter. Das Rahmenfeld versucht Microsoft, das Rahmenumfeld oder den Rahmen versucht Microsoft zu geben. Was du selber daraus machst, liegt bei dir. Dieses 70-20-10-Modell. Bitte nicht mit Jack Walsh verwechseln und dem entsprechenden Performance Management. Das ist auch so 70-20-10. Das ist was anderes hier. Und hier geht es wirklich darum, dass es darum geht, die Mitarbeiter eben zu fördern, aber auch viel Verantwortung in die Hand von Mitarbeitern zu geben. Und eben 70 Prozent erwartet die Firma Microsoft, dass der Mitarbeiter für sich selber investiert. Dass er während seiner Arbeitszeit das, auch all das, was ich hier gehört habe, E-Learning und die ganzen Online-Geschichten und auch die Social Media, die man anfängt eben integriert, das zu nutzen. Was willst du? Wer bist du? Wo liegen deine Stärken und Schwächen? Und was meinst du denn, an welchen Schrauben kannst du selber drehen? 20 Prozent wirklich konkretes Mentorship und Coaching. Auch da gibt es ein internes System. Wie kriege ich einen Mentor? Wer kann denn mein Mentor sein? Wer hilft mir dabei, einen Mentor zu finden, der mir in diesem selbstreflektiven Prozess hilft? 20 Prozent. Und nur 10 Prozent ist wirklich konkretes Training. Also, dass ich noch irgendwo hingehe und zwei Tage mich ausklinke und eine Fortbildungsmaßnahme oder ein Soft-Skill-Training oder sonst irgendwas. Das ist einer der Versuche, dass Microsoft in der Entwicklung von Mitarbeitern eben nicht nur Geld, größeres Auto, mehr Gehalt, größere Stock-Aktienpakete, sonst irgendwas, sondern versucht, diese Entwicklung zu kanalisieren. Dass die sich nicht in der falschen Richtung entwickelt. Und dass dann solche Sachen wie drin sind, Big Challenges, Accountable, Self-Critical, Integrity and Honesty, dass du wirklich versuchst, diese Werte, Company-Werte, die auch HR entwickelt hat, natürlich wieder zusammen mit der Geschäftsführung, das zu integrieren in die Pläne, die ein Mitarbeiter vielleicht entwickelt, in die Ziele, die ein Mitarbeiter bekommt, die Ziele, die ein Manager bekommt. Dass das dort alles integriert ist. Das praktische Beispiel, ein Sales-Manager, der draußen verkauft, nicht nur die Sales-Quote als Ziel bekommt. Und wenn du deine Sales-Quote dreimal hintereinander auf 120% geschafft hast, dann kriegst du eine Beförderung. Toll. Oder wenn du es zweimal geschafft hast, dann bist du Manager. Sondern dass die Firma versucht, diese Werte, diese Grundwerte dort mit einzubauen und konkrete Ziele daraus zu bauen, sodass ein Mitarbeiter den klaren Eindruck von allen Seiten bekommt, ich werde eben nicht nur rein an meinen Zahlen gemessen, bewertet und gefördert, sondern es wird auch darauf geachtet, wie ich das mache, wie ich die Ziele erreiche. Jeder Mitarbeiter, egal welches Level, vom Junior bis zum allerhöchsten Chef der Microsoft GmbH, bekommt am Anfang des Fiskaljahres, was im Juli anfängt, eine Zielvorgabe. Und da steht drin, was sind deine konkreten Business-Ziele, was sind deine Behavior-Themen, was ist dein Execution-Plan, das heißt, V, wie kommst du denn dahin? Was ist dein Weg? Wie hast du das vor? Und dann gibt es einen Prozess, da gibt es eine sogenannte Media Review, wo der Manager sich mit seinem Untergebenen hinsetzt, so, das waren die Ziele, die wir vereinbart haben, das waren die Wege, die wir vereinbart haben, wie du dahin kommst. Wie sieht es denn aus? Bist du hm? Hm? Oder hm? Und dann wird entsprechend angepasst. Da können die Ziele angepasst werden, wenn man vielleicht feststellt, die waren zu aggressiv gesetzt. Dann muss man vielleicht ein Coaching einleiten, weil man sagt, okay, du bist vielleicht in deinen Zielen gut unterwegs, aber sorry, eben, das klappt nicht. Du verbrennst, du hinterlässt verbrannte Erde. Oder Kollegen beschweren sich über dich, weil du eben wie die Axt im Walde agierst. Und so weiter und so fort. Auf allen Leveln. Wie gesagt, das ist keine Ausnahme. Geht hoch bis Steve Bormack. Gut. Dann gibt es wieder, nach dem Mission Review, gibt es dann wieder normale Meetings, One-on-Ones. Wir haben da wieder regelmäßig, wie das das jeweilige Team gerne selber baut. Und dann gibt es am Ende des Jahres dann eine Performance-Bewertung. Mit Noten, wie eben schon erwähnt. Das ist dann quasi die Konsequenz, aus dem, was über das ganze Jahr über passiert ist. Und dann hast du halt, wenn du Glück hast, ein sehr gutes Rating. Und wenn du Pech hast, kein so gutes. Das ist letztendlich ganz easy. Wichtig ist, weltweit einheitlich, da kommt ja wieder ganz kurz nur, da haben wir manchmal, gebe ich dann auch zu, in Deutschland ein Problem. Denn wir haben wie gesagt einen Betriebsrat. Und der Betriebsrat ist gerade so, was solche Themen angeht, Zielsetzung, bewerten, auch gerade wenn es dann eher so in die niedrigen Noten geht, sehr kritisch. Das ist auch Ihnen nicht vorzuwerfen, das ist ja der Job vom Betriebsrat. Nur das ist dann für uns als HR, da sind wir wieder auch sehr, sehr stark mit drin, also meine Chefin, das ist die Personalchefin für die Deutschland GmbH, ist in diesen Diskussionen mit dem Betriebsrat sehr aktiv. Manchmal mehr, als ihr das lieb ist. Aber was wollen wir machen? Wir müssen einen Kompromiss finden, denn das System können wir als GmbH nicht ändern. Wollen wir übrigens auch gar nicht. Das kann man sich philosophisch drüber streiten. Das war auch seine Nachteile. Aber generell halte ich das für ein gutes System, weil es die Dinge transparent macht, für alle Beteiligten, inklusive Mitarbeiter. Gut, das ist einfach nochmal dieser pragmatische Ansatz, wie versucht Microsoft eben neben dem Performance-Thema mit den Leuten eine strukturierte Diskussion zu führen. Wer bist du, wo liegen deine Stärken und Schwächen, wo kannst du dich hinentwickeln, wo können wir vielleicht helfen? Da gibt es dann Kompetenzprofile, das nennt man Microsoft IC Stages, wo man letztendlich sagt, okay, du bist im Job, du bist im Marketing, du warst den und den Job-Level, also du bist letztendlich in dem Bereich, wo du die in deiner Karriere entwickeln kannst, bist du im Mittelfeld. Das hat bei uns den Effekt, dass wir die und die Kompetenzen von dir erwarten, wenn wir sagen, die bringst du schon alle und du bringst vielleicht zusätzlich noch Kompetenz X und Y, dann ist das vielleicht ein Indikator, ein Hinweis darauf, dass du einen interessanten Side-Step machen könntest, dass du mal in das Metier reinwechseln könntest und so weiter und so fort. Und einfach um dem Mitarbeiter, nochmal der Punkt 70, 20, 10, dem Mitarbeiter zu helfen, diesen selbstreflektiven Prozess selber zu führen. Und das ist, glaube ich, was wir da auch raushören, weil dieses ganze System, dieses ganze Projekt und das ganze Geld, was man für die Leute ausgibt, hat nur einen einzigen Sinn und Zweck, die besten Leute zu kriegen und die besten Leute zu halten, dass die bei Microsoft bleiben und 120 Prozent ihrer Energie, ihres Engagements da reinlegen. Dann brauche ich auch keine Return-of-Investment-Berechnung, dann läuft der Laden. Und das sieht man seit 1975, dass das offensichtlich ganz gut funktioniert. Dieses System kommt aus den USA. Wir sind ein amerikanisches Unternehmen. Es gibt aber Microsoft in UK und in Deutschland und in Japan und in der Ukraine und China. Natürlich ist das Fakt, dass die Kulturen, die Erwartungshaltungen der Mitarbeiter da anders sind als in Amerika. Punkt eins, und da bin ich auch mal hier, wir sind ja unter uns ganz offen, da ist manchmal USA sehr beratungsresistent. Verstehen die einfach nicht? Wir sind ja 90.000 Leute und von den 90.000 arbeiten rund 50.000 in Korb. Jetzt kommst du aus Deutschland an mit deinen 2.500 Hanseln und willst mir erzählen, dass wir wegen dir unser Performance-Management-System ändern sollen. Jetzt gehst du mal raus und denkst, was du falsch gemacht hast und kommst du noch mal rein. Also so ungefähr. Nichtsdestotrotz, es ist ein langwieriger, zäher Prozess, aber man merkt dann doch manchmal, die Korb hört zu. Hier, ich selber, Magister der Philosophie, also Microsoft stellt Philosophen ein, also die mit IT gar nichts zu tun haben und ganz ehrlich, das stimmt auch heute noch, weil Microsoft legt extrem viel Wert auf das Potenzial, was in der Person drinstecken mag. Ob das ein Informatiker ist, spielt vielleicht gar nicht so die Rolle, ob das ein erfahrener Sales Guy ist, spielt gar nicht so die Rolle, aber hat das Potenzial dazu, ein sehr guter zu werden. Das ändert sich zwar ein bisschen, die Profile werden immer schärfer, das will ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, das war vor zwölf Jahren noch lockerer als heute, well, ist so. Der Markt wird enger, keine Frage. Lebenslanges Lernen, das sehen Sie alles, haben wir schon in den ganzen Punkten drin, das ist bei Microsoft, das habe ich heute glaube ich auch dreimal gehört, ja, das ist bei Microsoft so, du musst flexibel sein, du musst lernen, die Firma ist so schnelllebig, die Dinge verändern sich so schnell. wenn du stehen bleibst, hast du ein Problem, vielleicht nicht in sechs Monaten, aber bestimmt in zwei Jahren. Und wenn du Karriere machen willst, in dem Umfeld, musst du einfach nach vorne, musst du flexibel bleiben. Und einfach, das ist auch das, wie wir das jetzt auch schon berührt haben, in dem Performance Management System, natürlich hat das auch was damit zu tun, ob ich das stille Mauerblümchen bin, was, nein, nein, ich kann das nicht wirklich gut, oder bist du halt jemand, der nicht durch Arrogantes durch die Gegend läuft, oder bist du jemand, der sagt, ja, ich bin gut und guck mal, was ich alles hingekriegt habe, das gehört auch dazu. Dieses Tu-Gutes und rede drüber. Und ganz wichtiger Punkt, High Potential Program, das ist nochmal quasi jetzt, nochmal on top zu dem Ganzen, was ich schon erzählt habe, ja, das gibt es bei Microsoft auch, ein sogenanntes High Potential Programm, dort wird dann quasi aus der Community an Einser-Kandidaten, die exzellent waren, werden nochmal vier Prozent rausgefiltert, wo wir sagen, das sind die absolut spitzen Potenziale. Und da gibt es dann auch nochmal ein extra Förderprogramm, das ist dann unabhängig von diesen zehn Prozent, die ich eben genannt habe, da wird nochmal richtig auch Geld und auch Trainingsmaßnahmen investiert. So. Genau, Management ist ja auch immer wieder was gerne bei Personalentwicklung, das kommt zumindest von Mitarbeitern sehr häufig, ja, ich will Manager werden. Das ist mein nächster Step, das ist dann eine ganz tolle Karriere, wenn ich das mache und wenn Microsoft mich das machen lässt, dann ist das eine ganz tolle Mitarbeiterförderung. Das mag in dem einen oder anderen Fall stimmen, bei Microsoft sind wir da relativ ausstrukturiert unterwegs, es gibt ein Management Assessment Center, das heißt, wenn ein Mitarbeiter Manager werden will, dann muss er da durch. Das ist ein ziemlich komplexer Prozess, kann bis zu einem Jahr dauern, mit einem abschließenden Assessment, über drei Tage, Assessment Center. Ja, und wenn es klappt, dann herzlichen Glückwunsch, und wenn nicht, dann geht es halt anders weiter mit der Karriere. Das ist ein wichtiger Punkt, das tut manchmal den Leuten sehr weh, aber ich weiß auch da, wovon ich rede, genau den Prozess bin ich durch, ich fand es sehr toll, und selbst wenn es nicht geklappt hätte, ganz ehrlich hätte ich das als sehr, sehr hilfreich empfunden, weil einfach da mal durchzugehen, ist einfach eine tolle Erfahrung. Junge Leute holen wir auch rein, mit diesem Mach-Programm, das ist explizit für Leute frisch von der Uni, also genauso wie ich damals, vor zwölfeinhalb Jahren, frisch von der Uni, von IT keine Ahnung, aber tolles Potenzial, holen wir rein, Training für ein Jahr, Ramp-up, in Marketing, Sales, und so weiter und so fort. Und wie schon mehrfach erwähnt, Selbstbeantwortung bei Microsoft extrem wichtig, und die Firma ist international, wie am Anfang erwähnt, die ganze Welt steht einem offen, man muss es nur wollen. Benjamin von Microsoft Klaren www.klam cử.de www.klam cử.de www.klam cử.de edd www.klam cử.de Klam Honestly, das Zahlen gehen, Wolfgang Entschuldigung Unions of